Am Anfang dachte ich, gibt's nicht. Als Azubi so viel selber machen? Aber du bist echt sofort dabei. Und packst an. Bei Penny ist jeder Tag anders. Mit spannenden Aufgaben. Mit echten Chancen. Und vielen Ausbildungsmöglichkeiten. Kaufmann im Einzelhandel. Kauffrau für Bürokommunikation. Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Fachkraft für Lagerlogistik. Für welche Ausbildung bei Penny entscheidest du dich? Nun komm schon. Bei uns kannst du Karriere machen. Dabei sein, wenn's passiert. Starten Sie durch als Azubi. Bis zum nächsten Mal.